Was hat mir jetzt schon mal aufgefallen, wie viele Leute uns über Facebook und Twitter und E-Mail anschreiben und uns Sachen fragen? Das stimmt, das ist echt voll. Ganz viele private Sachen, wo wir so unterwegs sind oder irgendwelche Fragen zu Ausrüstungsteilen. Ja, aber auch, mich hat jemand gefragt, was wir beruflich machen und ja, wer bei uns die Kommentare beantwortet und die meiste Zeit mit dem Zuschauer quasi verbringen. Ja, schon ganz interessant, was man da so gefragt wird, dass da doch so viel Interesse dahinter steckt, hätte ich gar nicht geglaubt. Ja, bloß leider kann man halt da meistens gar nicht so ausführen, weil da einfach auf YouTube oder auf Facebook gar nicht so der richtige Raum hin dafür ist. Ja. So viel kannst du dir da alles auch nicht schreiben, du magst da keinen Roman aufsetzen. Ja, ja. Und ja, doch, ich finde das toll, dass das Interesse eigentlich groß ist, was hier privat zu treiben und wer wir sind und ich glaube, dass man auch gar nicht alles über YouTube so vermitteln kann. Nein, ja nicht. Weil wenn wir mir die Touren unternehmen, dann, wie soll ich das sagen, dann bestimmen wir ja mir, was wir sagen und was wir nicht sagen. Ja, und das ist ja immer immer ein Bruchteil dessen, was eigentlich wirklich alles geschieht. Ja, ja. Kann man immer noch einen Teil zeigen. Ja. Was hältst du davon, wenn wir unsere Zuschauer und Abonnenten mal die Möglichkeit geben, dass sie uns alles fragen können? Alles, was sie wissen wollen? Richtig Löcher in den Bauch fragen. Ja. Ja, warum nicht? Das ist vielleicht eine ganz gute Idee. Ja, warum nicht? Also, lieber Zuschauer, du bist gefragt, egal wer, jetzt geben wir euch mal die Gelegenheit, dass ihr uns Löcher in den Bauch fragt, dass ihr hinterfragt, wer sind wir, was machen wir. Warum, wieso, weshalb. Ja. Und wir stehen euch Rede und Antwort. Ja. Ja, schon, oder? Auch wenn es vielleicht ungemütlich wird. Doch. Also, ich glaube, solange das im normalen Rahmen bleibt und nicht zu persönlich wird. Also, wenn uns jemand fragt, welche Unterhosen das ich trage, ich kann euch das schon zeigen, wenn ihr das sehen wollt. Das kann ich nicht sehen. Aber ich glaube, wenn uns jemand so ganz normale Fragen fragt, was halt vielleicht für den ein oder anderen interessant ist. Klar. Glaubt, dass man das ehrlich beantworten kann, oder? Für ein Interview. Sammeln wir eure Fragen, schreiben wir uns alles auf und interviewen uns gegenseitig. Da habt ihr jetzt quasi ab heute, Samstag, Zeit bis, ja, die ganze nächste Woche. Und wahrscheinlich gehen wir euch dann nächstes Wochenende schon Antworten, Antworten liefern. Warum, weshalb und wieso. Apropos Abonnenten, wie viel haben wir eigentlich ungefähr gerade? Knapp zweieinhalbtausend. Also, viel gingen nicht ab. Wow. Fünf oder zehn gingen ab. In vierzehn Monaten. In vierzehn Monaten, zweieinhalbtausend. Da müssen wir uns auch noch was einfallen lassen für das Giffenweil. Weil, wir haben das im Dezember schon mal angesprochen. So leicht, wenn wir uns die Zuschauer nicht mehr machen, wie beim letzten Giffenweil. Nein, es war wirklich zu einfach. Hm. Hast du eine Idee? Ich weiß nicht, aber ich finde das immer blöd, dass eigentlich nur Leute beim Giffenweil mitmachen können, die auch einen YouTube-Kanal haben. Weil wir haben ja auch viele Zuschauer, die keinen eigenen Kanal haben. Oder kein YouTube-Konto. Und die können dann eigentlich nicht mitmachen. Stimmt. Das wäre schade. Weißt du, was gut wäre? Wir müssen jetzt eine Art Fotowettbewerb machen. Hm. Also das heißt, dass wir an unsere Zuschauer, ob jetzt Abonnent oder nicht Abonnent, lassen wir mal da hingestellt, die Aufgabe stellen, ihr müsst ein Outdoor-Foto machen. Ein Foto vom Outdoor-Bereich. Das kann jeder. Ich glaube, jeder hat ein Smartphone oder Artikelcam oder Spiegelreflex. Mhm. Wenn wir die Aufgabe stellen würden, jeder Zuschauer muss, also jeder Zuschauer, der mitmachen will beim Giveaway, muss uns ein Outdoor-Bild senden. Also was er selbst aufgenommen hat. Genau. Und das schickt er uns an unsere E-Mail-Adresse. Mhm. Und damit das Ganze fair abläuft, könnten wir das so machen, dass das nicht wir bestimmen, sondern... Was wir bestimmen, was das schönste Bild ist. Genau. Wir könnten so eine Reihenfolge machen. Wir könnten sagen, die fünf besten Bilder, die uns zugesandt werden, von 50, 100, keine Ahnung, kriegen einen Preis. Mhm. Und wenn wir dann zum Beispiel diese Bilder alle sammeln und jedes Bild kriegt eine Nummer. Also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und dann zum Video-Zusammenfeld, oder? Genau. Dann fügen wir diese Bilder in ein Video ein. Mhm. Und der Zuschauer kann entscheiden, welches Bild ist das Beste. Dass er quasi in den Kommentaren dann schreibt Bildnummer 16. Genau. Und wenn dann Bildnummer 16 32-mal gewählt worden ist und Bildnummer 31 ist 8-mal gewählt, wie auch immer, dann rechnet sie so die fünf besten Bilder, oder? Mhm. Dann kann man was anderes sagen. Dann kann der Zuschauer bestimmen, wer gewinnt. Ja. Und wir waren ganz außen vorn, gehen wir nur den Preis zur Verfügung. Oder die Preise zur Verfügung. Finde ich eine gute Idee, ja. Was meinst ihr? Sollen wir das so machen? Sollen wir unsere zweieinhalbtausend Giffey so machen, dass ihr bestimmen könnt, wer das beste Foto macht? Also ihr sendt jetzt uns ein Bild ein und ihr bestimmt das. War doch cool, oder? Der Johannes ist nicht so begeistert. Nein, weniger. Weniger. Ja, warum nicht? Machen wir, oder? Das ist eine gute Idee. Holst ihn mal raus am Zwerg. Mhm. Ja, also Leute. Ich glaub wir machen das so. Wie gerade gesagt. Wir haben ja jetzt unsere zweieinhalbtausend Abonnenten in einem brutal kurzen Zeitraum. Das war ja der Wahnsinn. Und ihr, ihr sendet uns Fotos ein. Und die fünf besten gewinnen. Und wir haben da nicht die Hand drüber, sondern der Zuschauer entscheidet. Genau. Mhm. Das könnten wir machen. Trinkt gut. Aber das müssen wir dann nochmal in einem extra Video machen. Für die, die das jetzt nicht mitgeschaut haben. Genau. Diesen Aufruf dazu. Ja. Und wir... Noch haben wir es ja auch noch nicht geschafft. Die 2500. Richtig. Und außerdem haben wir auch noch gar keine Preise, oder? Ja. Keine Ahnung, was wir da herstellen. Wir haben schon was einfallen. Ja. Wir haben immer kreativ sein. Wir haben jeden ein Paar Hikes-Schuhe. Ja, genau. Und nicht mit Inbegriffen, oder? Nein. Nein. Man glaub ich muss schon... Realistisch bleiben. Realistisch bleiben, ja. Vielleicht... Vielleicht einmal was... Was selbstgemachtes mit der Zudel. Nur so als... 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 Als I-Tüpfelchen obendrauf. Als Schmankerl. Als Schmankerl. Ja. Ja. Oder? Hört sich doch gut an. Schauen wir das noch mal ab. Wir haben uns um 2500. gewollt. Gut, oder? Mhm. Dann siehst du es mal wieder. Oh Mann. Also Leute. Ihr habt jetzt quasi... erfahren, dass ihr uns bis nächste Woche löchern dürft. Mit Fragen aller Art. Einfach als Kommentar unter das Video setzen. Genau. Und wir werden Rede und Antwort stehen. Und ihr wisst jetzt, dass... Übernächstes Wochenende oder so... Wird unsere Giverway-Aktion starten. Mit dem Titel... Bestes Outdoor-Bild in... Jetzt hätte ich fast gesagt Bayern. Aber wir haben ja Abonnenten, die auch außerhalb vom Bayerischen Hoheitsgebiet sind. Von daher. Mhm. Ja. Ja. Außerhalb des Weißwurst-Equators. Ich glaub schon machen wir's. Mhm. Oder? Fast. Bin schon gesparen, was könnt. Dann, also Leute. Löchert uns. Und wir stehen Rede und Antwort. Und... Das Wochenende drauf. Oder... Nochmal eins drauf. Machen wir das Giverway. Mhm. Mit einer... Fotoaktion. Was es zu gewinnen gibt. Das müssen wir uns mal aufhören lassen. Ich hab noch keine Ahnung. Okay. Sonst müssen wir uns mal inspirieren. Ja. Gut. Ist alles gesagt, oder? Mhm. Okay. Also. Leute, ihr seid's gefragt. Dann... Klingt man von der Stelle aus, oder? Ja. Ja. Passt. Gut. Drei. Zwei. Eins. Für dich! Nein! Nein! Du musst das... Im Chor. Wie in der Schule. Auf Wiedersehen. Nein! Du musst das so. Drei. Zwei. Eins. Aus. Und du musst nur für dich sagen. Drei. Zwei. Eins. Fertig. Ja, dann. Ciao! Du bist zu viele. Tisch. Ja, dann. Ja, dann. Sprecher. Ja, dann. Du bist der in der Schule! Tja,ена. Und du bist der in der Schule! Das ist so. Drei.